Das Ding ist die Schule geht ja eigentlich klar, aber man muss halt damit rechnen, angespuckt zu werden, dass Stühle und Müll aus dem Fenster geworfen wird und Rechtschreibung habe ich auf der Schule auch nicht gelernt. Super Schule, bitte lasst mich gehen. Ich habe so viele Fragen. Drecksschule gibt's nicht mal Wasser für Arme. An erster Stelle freue ich mich für Mehmet. Es gibt nette Lehrer, die noch Humor verstehen, aber das sind die wenigsten, die anderen sind ehrenlos und bestrafen umsonst. Eher mag die Schule nicht so. Wunderbare Schule, lustige Schüler, arbeite dort gerne.